Einmal quer durch oder Autobahn? Nein, quer durch. Da sitzt gar niemand drin. Was ist denn? What the hell? Ich würde mir so wünschen, das Spiel in der heutigen Grafik zu sehen. Oder einfach ein zweiter Teil. Oder eben so etwas wie GTA oder Mafia in Hongkong. Das wäre mega nice. Wie das neue Assassin's Creed, dass er jetzt auch endlich nach Japan kommt. Ziemlich cool ist. Also die asiatischen Teile, also asiatischen Welten werden halt einfach in Videospielen viel zu selten genutzt. Ja, Herr, ich weiß davon. Unsere Investitionen ist präsentiert. Nein, Herr, wir noch nicht wissen das. Wir auch nicht wissen das. Ja, Herr, ich... Ich... Nein, ich... ... ... ... ... ... Superintended, wenn ich all diese weiß, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss den Weg Gold erhalten. Alter, der ist der Super Intendent. Das sind Aliens. Ja, dieser Typ von Aliens. Ich werde dich sicher aufzuhören. Ist das hier jetzt schon die Final Mission? Uh, das Lagerhaus kennen wir auch. Zu gut. Das Polizeiboot beschützen. Was? Was? Shit. Ich muss mehr die Leute treffen. Steady, steady! Junge! Sind Brüder? Es waren Brüder. Ich bin einateln. Ich bin einateln. Ich bin einateln. Ich bin einateln. Meinateln. Wir haben einateln. Wir haben einateln. Okay, da kommen noch ein paar. oh wei got one holy shit ist gut dass ihr euch gegenseitig kaputt macht das war es mit euch wo fahren wir eigentlich hin wie viele sollen da noch kommen hm tschüss alright los gehts ich bin auf mich allein gestellt wofür seid ihr denn mitgekommen son of a bitch wofür sind sie die 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 ne die wofür waf Hier gibt es doch sicherlich eine Tasche. Mit Money. Ha! Ich habe es gesagt und ich habe sie gefunden. Holy shit. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben. Ich habe diese Ja! Noch was zu sagen? Lass uns ihn besitzen. Nein, warte mal einen Moment. 3, 2, 1... Du bist unter Rastung, Scheiße! Happy New Year! Der Meister. Revierpolizist Outfit in Hauptstory verfügbar. SDU Outfit in Hauptstory verfügbar. Tränengaswerfer ist im Hauptspiel verfügbar. Was ist das jetzt mit diesem DLC? Apokalyptische Kulte. Das... Ne, warte. Oder doch? Doch. Das Ende der Welt ist ein beliebtes Konzept, das immer wieder für die Gründung von Kulten... Ne, haben wir schon gelesen. Der Meister. Ein mysteriöser Kultanführer. Seine wahre Identität ist unbekannt. Aber laut Geheimdienst handelt es sich um einen gewissen Wu-Fing Wang. Einen Universitätsprofessor, der entlassen wurde, nachdem er mit mehreren Studentinnen geschlafen hatte. Offenbar leidet er an messianischen Wahnvorstellungen und denkt er wurde von Gott bestimmt das Ende der Welt herbeizuführen. Ja, das hat wohl nicht ganz so geklappt. Tut mir wirklich leid. hat er bestimmt mit etwas Besserem gerechnet. Aber was ist das jetzt mit dem DLC? Ich glaube schon. Aber irgendwie kam da nichts. Das ist das Ende des DLCs. Du hast es geschafft. Hm. Ich glaube hier steht wahrscheinlich auch nichts. Doch. Acht, vier, vier, zwölf. Hundert Prozent. Auch wieder knapp zwei Stunden. Nice. Finde ich gut. Damit würde ich sagen war es das hier von diesem DLC. Ich würde mir noch kurz eine Map oder ein Video raussuchen ob wir die ganzen Taschen finden werden. So finden können. So in dem Sinn. Und ja. Hat Spass gemacht. War abwechslungsreich. Eine interessante lustige Story. Und ja. Für alle die noch die Taschen sehen wollen. Beim einsamen. Wie ich die einsamen. Dann könnt ihr gerne noch dranbleiben. Ich schneide das noch hinten dran. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war es jetzt wirklich von Sleeping Dogs. Das letzte Mal. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Let's Play. Bei mir auf meinem Kanal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.